Seit 2014 ist Braunschweig Fair Trade Chat und der Verein Fair in Braunschweig richtet seitdem auch die Faire Woche aus. In diesem Jahr unter dem Motto Fair statt mehr. Und das drückt eigentlich alles aus, was uns wichtig sein sollte. Gerade die aktuelle Pandemie hat uns gezeigt, darüber nachzudenken, was brauchen wir wirklich. Brauchen wir immer mehr und preiswertere Produkte oder brauchen wir nicht wesentlich mehr Nachhaltigkeit? Wollen wir nicht für eine Welt eintreten, die sozial und ökologisch gerechter ist und wo wir nicht auf Kosten anderer leben, die am Anfang von Lieferketten stehen, nur damit Produkte ein paar Cent günstiger sind? Fairer Handel, das ist es, was wir gemeinsam anstreben wollen, auch mit dem Verein in Braunschweig und mit unseren Bestrebungen. Die Faire Woche bietet ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Tun Sie das bitte. Tragen Sie ein bisschen mit dazu bei, Verantwortung zu übernehmen für unsere eine Welt, in der wir gemeinsam leben. Dieses Leben anders zu gestalten, anderes wirtschaftens zu organisieren. Und tragen wir etwas dazu bei, vor Ort bei uns in Braunschweig, in der Fair Trade Stadt Braunschweig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hopes für funk, 2017 Ihr habt den Weg, wenn auch die Frage, wenn es die Frage beendet wird. Die Frage jetzt, wenn Sie die Frage beendet haben, vor Ort bei uns in Braunschweig.